wir bauen hier noch signale einmal hier einmal da können wir das hier abbauen und dann einmal hier und das passt jetzt noch die Fahrzeuge weg jetzt dann können wir hier beim Bahnübergang noch eins hinsetzen dann hier müssen wir mal kurz gucken hier das vorfeld unsere berühmte xx weiche und da dazwischen machen wir noch irgendwo eins wo ist denn dazwischen etwa dann müssen wir hier noch ein paar mehr signale aufstellen damit der abstand nicht so groß wird oder wenn sie sagt dass er mehr züge drauf fahren können hier müssen wir überhaupt mal welche installieren dann geht es da weiter und hier nochmal dann geht es da in den Tunnel und da dazwischen so dann könnten wir wir könnten die hier ein bisschen verschieben wieso fährt er eigentlich immer noch auf der Linie Ok da muss ich gleich mal gucken wieso der da immer noch auf diese Seite fährt hat mir das nicht umgeändert ich dachte wir hatten das umgeändert okay also ich dachte wir hatten hier eine weiche reingeboren komisch aber der fährt richtig oder aber sieht man ja gar nicht der fährt richtig genau ok komisch ja genau so fand sie richtig dann machen wir noch schnell eine linie die führt von hier direkt auswahl hier nach hinten perfekt so das sage ich jetzt bloß noch schnell dass der hier nicht irgendwo wechseln soll genau und das wäre dann güter hotweiler da müssten wir dann aber schon glatt zwei züge drauf schicken wir haben wieder zwölf millionen die machen auch gut los brauchten wir dann ein paar güter wägen die fern ja glaubt keine güter nein ok wir haben hier ja lauter bankteile die fahren holz und bretter das hier fährt güter ja basteln wir uns mal was zusammen 120 180 kaufen 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 fünf stück und die noch zu einer vielleicht ja der soll vorne hin damit er auch beladen ist sonst brauchen wir noch eine lok die fährt nur 120 150 120 wir bräuchten aber eigentlich auch ein diesellok nehmen wir doch einfach mal die und sagen güte ottweiler und auf der anderen seite wo haben wir da noch platz gut nehmen wir den ebenfalls sagen auch wieder 1 3 4 4 der fährt glaube ich auch 160 oder herrgüter ottweiler ja ist okay dann fahren wir einmal hier von der seite aus mit wie schwer ist denn das ist in ordnung schalten wir unser panorama ein hoffe dass es nicht abschmiert ich spreche mal kurz geht ja schnell und kommen hier einmal mit weil ich sage ich will einfach mal gucken wie sich so ergibt wie schneller vor allem fährt wissen dies die 232 aber eine falsche bezeichnung die 232 ist es nicht nur gut miller wenn ich mir jetzt nicht sicher aber ich glaube eine 232 ist eigentlich eine ludmilla aber ich kann mich auch täuschen wir sind jetzt bei 120 da kommt schön der rauch oben raus finde ich echt klasse wir sind auch normal ich finde ich habe er mir kommt zu schnell vor über den bahnübergang wunderschöne brücke und wir haben anscheinend grün und kein zug das gerade im bahnhof eingefahren wunderbar kann natürlich sein dass wir mehr eigentlich nicht weil beide züge von 160 heißt wir wollten uns eigentlich nicht so arg ausbremsen weil die beschleunigung von dem zu hier ist ein bisschen schlechter aber an dem sollte es eigentlich nicht liegen er der gruppe muss unbedingt sind weg wunderschön da denkt man man guckt man guckt in das unendliche mehr ja mit den bäumen jetzt nicht mehr die strecke kennen wir eigentlich schon mal gucken was was der gegenzug so macht ist er hier schon ok da ist wahrscheinlich gerade in dem tunnel ja ja im tunnel drin schauen wir uns mal ganz kurz die durchfahrt an achtung achtung aufgleichs 2 ein durchfahren der zug ok das ist irgendwie eine geworfen ist er jetzt so langsam geworden komisch ok klar dass der jetzt warten muss aber das nächste signal ist nicht so weit aber das frage mich muss der arg lang warten ja den hier bitte ok der hat nicht mehr abbremsen müssen ne das geht der abstand geht wunderbar so gucken wir uns die durchfahrt auch nochmal an diesmal aber auf gleis 1 ok der bremst ach so der muss hier runter bremsen wegen den langsamen schienen das ist auch kacke machen wir machen wir mal noch schnell hochgeschwindigkeitsschienen rein dann wird es ja hier genauso sein ok hier 760 ja jetzt muss er wieder abbremsen aber warte auf freie wege ah ok ah der fährt gerade rein ja das ist natürlich ein bisschen beschissen aber hier ist genauso hier haben wir keine hochgeschwindigkeitsschienen machen wir noch schnell hier sehen wir langsam dann aus der genau uuuuuh wir haben drums ok ok die ganzen drums sind freigeschaltet das ist schön boah der rauch oha ein bisschen arg viel oder doch oben drüber der bus wie schön ja so kann man train fever genießen gut gut er wird jetzt hier ja aufwarten müssen mit sicherheit aber leider leider aber mal gucken ob wir denn schon glüter da haben für ottweiler 13 stück aber das ist schon mal einiges und das und seine grenzen ok der ist ja glaube ich auch alleine oder und fährt bloß 120 ja das ist natürlich nicht gut ok jetzt muss er warten wegen dem davon aber er muss sowieso warten aber er muss sowieso warten weil er gleich dagegen zukommt ja genau da müssen wir uns mal hier noch einen gedanken machen weil ähm ja wir sollten natürlich so wenig aufenthalt wie möglich haben die 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 aber selbst und weiter nee ok klar ich habe gerade gedacht hä ok aber kreusen hat elf minuten das ist das ist hart elf minuten ist hart da müssen wir uns auf jeden fall noch was überlegen so weil jetzt haben wir halt das problem jetzt wird der wahrscheinlich ne jetzt wird der als erstes wieder grün kriegen genau da muss uns was einfallen weil hier steht es mir mittlerweile zu verhofft gut das kann jetzt weg machen und da hinten kommt ja schon der nächste das ist der güderzug von der fährt 130 von dienstlaken ja genau ne also da müssen wir uns mal gesagt aber da müssen wir uns was einfallen am liebsten möglich hat die strecke hier zweigleising machen aber es sieht so schön aus und zweigleisig geht halt nicht ja hier weder auf der noch auf der seite hm auch hier wird es gehen das heißt den bahnübergang müssten wir dann halt eingleisig lassen aber sonst der rest würde gehen interessant 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 nur kurz schauen wo ist denn der wiederzug nein ja hier ist er haben wir hinten in kreußen ein nein hm und kreußen standet er glaube ich auf dem anderen gleis die 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 kreußen schwarz ja ähm machen wir noch schnell so wo maus denn da güter achso die sind ja klar vergrößerung geplant habt ihr denn alle güter 59 ja gut du hast natürlich den der bekommt hier immer noch irgendwo müter her keine ahnung von wo und weiler hat 29 was hat er geschrumpft die bevölkerung geschrumpft ja und weiler hat er immer so wenig ne eigentlich nicht ist das hier der nein haben wir irgendwo einen güter zug in der nähe hier und nein wo ist denn mein anderer hier ich würde das gerne noch mal kurz sehen wie der über die pfe fährt jetzt gucken wie haben wir das denn hier geregelt ja die schwarze pferd ausnahm ok die ganze strecke ist ja auch eingleisig müssen wir uns auch was überlegen ja da ist ein güter schon verloren gegangen du musst warten weil weil der hier vor dir fährt ok hm ja folgen wir den doch noch mal schnell für die folge diesmal ein bisschen länger das macht ja auch nichts wir haben mittlerweile auch schon wieder 16 millionen am start ok das ist natürlich schön denn da könnten wir natürlich ein weiteres größeres projekt dann machen zumindest könnten wir dann ein paar mehr Brücken bauen weil die sind ja auch ziemlich ziemlich teuer aber der ruft hier gemütlich mit mit 160 jungen jetzt schon bei 17 millionen oh ich hoffe wir haben jetzt hier hier ah genau das wollte ich nochmal angucken hier die Bahnhofsdurchfahrt mit 160 dieses mal wunderbar und das wird halt nachher ja gut die Waggons die gefallen mir jetzt noch nicht so gut ja aber nachher wenn wir dann äh zu den Waggons kommen die wir dann gefallen und alles mögliche und die Zugkombination das wird sicherlich cool aussehen und so ist ja so ist es ja auch in der Realität ja Güterzüge haben kein extra äh Gleis oder keine extra Strecke sondern sie fahren halt einfach auf dem Gleis mit ne das ist einfach so so da steht immer noch im Bahnhof so der dürfte oder der müsste jetzt hier eigentlich nicht abbremsen die Kurve ist für 160 ja perfekt die der rechts die das wird aber die auch in transport Fieber besser gelöst hier jetztGIB aber warum so viel du wir haben achso wir haben die 98 90er kurve so das schauen wir uns mal hier das ist echt schön und mit diesem blick hier vom bahnübergang verabschiede ich mich ganz recht herzlich für diese folge und wünsche euch noch einen schönen tag bis zum nächsten mal